Da auf dem Schreibtisch der Abteil eines Herrenschuhs. Wenigstens etwas. Da, mit dem Ding gehe ich schon schlafen. Also, Fall Nummer 4. Vier ähnliche Fälle in vier verschiedenen Stadtbezirken. Ergibt das einen Sinn? Ja, die Kerle sind ganz schön ausgebufft. Na, ergibt das eine Spur? Was fällt dir ein, wenn du auf den Stadtplan siehst? Mir fällt ein, dass hier etwa meine Wohnung liegt, die ich demnächst mal wiedersehen möchte. Und hier unser Chef sitzt, der uns anniesen wird, wenn sich der Nebel für uns nicht bald lichtet. Naja, vielleicht ist das Inserat so eine lichte Stelle. Das hatten die auch noch nicht drauf, auf ein Inserat eine Wohnung auszukundschaften. Ja, das scheint mir auch so. Frau Geier ist eine zurückgezogen lebende Frau. Den Hausvertrauensmann fertigt sie an der Wohnungstür ab. Soll ich den Bekanntenkreis der Frau Geier erst mal links liegen lassen? Ach, den übernehme ich. Ich glaube, du hast mir geschickt für das Inserat. Einverstanden? Einverstanden. Ich habe mir geschickt für das Inserat. Alles Nichts. Nichts. Tan Τ